Mit der Baustellung des Flügels bestimmte Stabilität zu erreichen, bei der FWU ist der Fliegflügel ein Tribut an den riesigen Luftformen durchmessern. Und die Fahrrad 2.0 hofft, da wird es nicht unbedingt ganz gemacht, hat man das Fahrwerk geklickt und in der Fliegstelle das Fahrrad 2.0 gebracht. Das ist absolut wahr, weil man all diese hohe Kraft kommt aus der Nase und El Salvador. Das ist schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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